So, Freunde, willkommen zu einem World Game World in Candy House. Könnt man kennen. Ich dachte irgendwie, ich starte mit D, oder? Ich will irgendwo Twins. Irgendwie hätte ich Bock auf irgendwo Twins. Hat irgendwer noch Twins? Nein. Was macht das Teil eigentlich? Also der AOE Defense Break. Nein, das ist schlecht. Weil ich will halt irgendwas, ich will halt Mann und irgendwie. Ich will, ich bring irgendwo. Der kommt scheiße an, der geht jetzt irgendwie im Sack, aber was soll man machen? Was soll man damit luschen machen? So, und da halt mit Mann und. Wo ist Mann und? Wo ist Mann und? Du warst gerade irgendwo, da bist du. So. Und irgendwie. Sollen wir dich bringen? Oder na, dich werden wir wahrscheinlich irgendwo anders brauchen. Ich meine. Ne, Lulu wird immer gehen, ne? Was bringen wir denn irgendwie als Tank, ha? Irgendwie so einen Light Tank. Ich meine, Kinky. Ja, warum nicht, ha? Kinky und dann irgendwie so eine. Lulu halt irgendwie so für Safety, Defense League für Mann und. Also mein Plan ist einfach nur, ich will einfach nur dastehen. Sie sollen revenge und einfach alles halt irgendwie killen, ja? So. Okay, oben haben wir, dann haben wir hier Karkano, Luis und Miles. So, da auch schön ist, ha? Was soll man da machen? Bisschen risky, weil der Miles wieder outspin könnte. So, dann haben wir hier Millions, Cyclic und Monten, ne? Was machen wir mit dem, ha? Was machen wir mit dem? Yolo ist kacke. Molon-Team ist da auch kacke, weil Reset und so, ne? Ja, komm, ne? Why not? Dann haben wir noch Chandra Molly. Okay, Dominic Reil ist immer gut. Ich hab grad irgendwie Chilling geruht für zukünftige Siege und so, aber... Chilling ist ja grad nicht so wild. Irgendwas wassermäßiges, ha? Was mit dir? Ich hab keinen Plan, ha? Ah, was ist denn? Was ist so scheiße denn? Nein! Nein! Ui, der fuck, ha? Ich hab grad... Ich hab grad... Da war da jetzt keine Runen. Ich hab's können wir... Pff... Mal Theon bringen. Ich hoffe, wir werden nicht outgespeedet, oh scheiß Theon. Bist du Runen, Mann? Bist du Runen? Geh in, oh, Scheiße. Wieso hast du da keinen... Was soll der Mist, ha? So. Nein! Erst! Oh, Alter, Schiri. Dauert schon fünf Minuten ein Scheiß-Video und ich hab nix zu Shangi gebracht. Wo ist Theon? Amade. Was ist denn jetzt schon wieder? Weil du kein Artefack hast. Was? Hä? Es gibt sechs Sterne Monster, bei denen nicht alle Artefakte eingraviert sind. Bei Lucian Theon? Bin ich blind? Lucian? Saufst du Spiel? Muss ich jetzt alle anschauen? Na, oder? Hä? Kein Plan, ha? Wollt's? Okay. Perfekt. Bitte provok uns nicht. So. Du killst. So, jetzt. Kinky first, ha? Ja, das machen, ha? Wie langsam sind die, ha? Wie langsam sind die? Scheiße, jetzt haben sie halt Immunity geklaut, weil ich glaube, gut, Triana-Dinge sind auch noch. Ist ja wurscht. Ich mein Gott, das Teil. Aber es wird eh nur Kinky gefokust von den Twins. Kein Viaprop, bitte. Scheiße. Kinky, nein. So. Du, du. Iron Man hoch. Ob ein Triana passive. Oder auch nicht, weil wir nicht gecritet haben. Aber jetzt. Na, Triana-Baiu-Pockt auch. Los. Revenge. Raid-Boss Kinky down. Aber gut. So, scheiße. Wir müssen den Darkwing killen. Mach doch mal mit Damage, ha? Weil die uns sonst Dinger klaut, unsere Buffsie von Manu, ne? Oh, cool. Naja. Keine Ahnung. Habe ich mir gerade irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt, ganz ehrlich. Ja, das Ding ist halt wirklich... 15% alleine sind halt nicht so wild. Aber wenn dann irgendwie 2x15% dabei sind, ne? Wenn dann irgendwie wirklich eine Molli noch stehen wird, das wäre schon lustig, ja? Aber ich habe keine. Ja. Aber vielleicht. Ich hoffe wirklich, dass am Dienstag das Collaboration Update kommt. Und ich bin gespannt, wie viele Packs kommen. Und ich hoffe irgendwie, dass das Huawei da irgendwie schnell ist. Ich will ja meine Summons am Dienstag machen, aber... Und ja, ich werde ein paar Packs kaufen, aber nur wenn irgendwie Huawei dabei ist. Oh mein Gott, ha? Das dauert jetzt. Gut, dass wir wenigstens auf Destroy sind. Ja. Man, Huawei progt ja irgendwie nicht so oft. Und dann critet Wind und progt hier Passive. Bei mir sind es sicher nicht mehr als 15%. Ja, das weiß ich. Jesus, hm? Ich habe immer noch Albträume von dem einen scheiß Siege Fight, wo das Drecksteil da mein Dominik fast gewarnshottet hat, ne? Wegen Revenge. Oh mein Gott, sie critet auch einmal, ha? So weit du nicht critest hier, dann bringt nicht einmal Destroy irgendwas, ha? Oh, landet Defense Break. Prog nicht. Unsere Chance. Critet natürlich nicht, ha? Aber gut. Na los. Na los. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, herf. Na okay, jetzt, ha? Gut. Finally, ha? So, was haben wir jetzt? Schönes. Habe ich eh wo es der kackt meins? Dreckiges Passiv, ha? Sehr gut. Bitte reduce die Louise. Oh, nice. Alles down. So, was haben wir da? Schönes, genau. Diese Mien-Teilen. Strolls, du. Home of Nora, ha? Nora ist immer am Sterben. Aber gut, noch nicht jetzt. So. Lars, zweiten, machen. Ich hoffe, dass Monte, zweiten, macht. Yep. Und in die Fresse. Sehr gut. So. Yo, fucking Cichlid. Schleich dich von meiner Nora. Ich weiß irgendwie, das Ding hat jetzt irgendwie was. Elemental Advantage oder irgendwie so ein Scheiß. Oh, nice Fireprop. Da geht er down der Monte. So, Fokus auf Cichlid. Oh, ich hab dritten. Okay, dankeschön. Dritten Skill machen sollen. So. Nice Stunning was oder so. Keine Ahnung. Oh, mein Gott. Du musst natürlich heilen. So. Damage. Pendekill. Sehr gut. So. Vierten für Defense. Total schlechtes Teaming. Ich mein, irgendwie Forster-Defenses in, 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 hier. World-Kill-Ball-Ständer ist doch scheiße, ja. So. Und als letztes, was haben wir da? Scheiße, ja. Dominic Reduced. Hör auf. So. Wir Klazen in Defense Brick. Hätte ich zwar mit Annabelle können, aber dann kann ich mit Annabelle dritten Skill machen. Na gut. Dann baller mein Chandra rein. Ah, verdammt, ah, nicht genug. Na gut. So. Ja, Healblock. Okay, dann immerhin das. So. Was den machen, okay. Annabelle wieder voll. Chandra Self. Ja. Aber gut. Scheiße, Molly kommt trotzdem vorher dran, ha. Cool. Yo, serious? Geh mal scheiße. Was ist denn das schon wieder? Okay, lass Immunity machen. Für Serbenos Dritten. Sehr gut. Jo, diese scheiße Chandra-Series, ha. So. Okay. Chandra down. Immunity dritten auf. Hör auf Annabelle-Cleanse. Eh unnötig. Aber. Ganz gut tanken tut sie eigentlich gerade. Okay, hör auf Molly. Das ist scheiße Molly, wie schon meine Tech-Buffs dritten. Scheiße Molly, f*** dich auf. So. Wehe, die One-Shots, das ist meine. Annabelle, ha. Los. Los. Okay, defense break oben. Desmond, okay. Spätestens jetzt ist ein ENGG. GGG. Oh. So. Savano down und jetzt die nervigste Unit ever, Molly. Komm, Branding. Heal block. Hat er nicht einmal geproppt, glaube ich. Nicht einmal irgendwie resistet. Defense break. Double resist. Heal block. Auch nicht. Nice. Aber hauptsache sie beigeprobt wieder und will mein Dominic strip me. Was? Ugh. Hör auf, Alter. Warum? Wirklich? Ich schweb, irgendwas stimmt da nicht. Okay. Na gut. Gut. Das war ja super easy. Schauen wir mal, ob wir irgendwie nochmal einen Mann umbringen können. Na gut. Nächster Typ hier. Ja oben irgendwie Windpender. Und ja, das zweite da irgendwie Chilling und Leo, May, Riley. Eigentlich hab ich halt an Fran überlegt, aber hau, scheiß auf Fran. Na. So wird halt irgendwie Riley von Kemon getargetet. Chilling ist irgendwie so so auf diesem Vio Destroy Set und Leo, May ist auf Swift. Ja. Lear Cleave. Dann Sarah to Lydia und Nana. Ich mein, ja, Manon und Kinky und Lulu irgendwie noch einmal. Ja. Und dann irgendwie nochmal Lucien. Damit wir fertig werden. So. Celia first. Eh klar. Sleepst du mein Pender? Nein. Okay. Dann lass ich mich sowas machen. Dann machst du sowas. Das Ding ist halt, der Sniper geht auf meinen Pender. Ich mach trotzdem sowas. Oh, geht er nicht. Was habt ihr alle gegen meine Drecks? Nora hat es. Na gut. Kinky. Oh mein Gott, ja. Da kommen wir Attack in, ich wollte gerade sagen Attack in Panda. Mach's gut. Celia, mach's gut. Kinky. Kano. Mavidiere. Jawohl. Wer braucht schon irgendwie zweiten Skill machen. Sehr gut. So, was man da stehen ist. Genau. Ja. Wir outspiden mit Liu Mei. Okay. Obwohl da irgendwie ein Agir mit Speedlead steht, ja. Aber gut, wie gesagt, die ist halt auf Swift, ne. So, ich hab halt keine Ahnung, wo soll ich Speedlead machen. Kommt meine Liu Mei noch. Okay. Okay. Okay, das dritten Skill machen, dass wir Attack Buff haben. Und dann machen wir noch zweiten Skill für Immunity. Und dann könnt ihr es mal aufhören wieder. Okay. So, ja. Ich würde sagen, halt gehen wir auf den Kollegen da. Jesus, ja. Wo sind meine Procs? Kung Fu Girl, ha? So, vierten Skill. Das ist mal dritten Skill für Clans haben. Ist der nicht irgendwie besser, ha? Okay. Keine Ahnung. Hat auch nicht viel gemacht. Sehr gut. So, dritten Skill nochmal. Okay. Null Damage machst du eigentlich. Chilling. Drei Krab. Oh, Hitar, gar nicht so übel. Na los. Wo ist... Wo sind die Overpoughten Balls, ha? So, den Scheiß, kennen sie mal. Machen die Balls wieder ready. Climb das alles. Oh mein Gott, komm. Speed Buff, Crit Drit Buff. So was hier. Blockt halt nicht, ha? Aber. Okay, weg. Naja, drückt mir nicht der Auto, ha? Oh, da kommen die Balls. Und gleich noch einmal. Und Slow auf dich. Keine Ahnung, ob der überhaupt Slowt. Okay, nice. Stun. So, Attack Buff bei uns. Majo von Asher. So, wir haben, glaube ich, klauen den Speed Buff. Dankeschön. Komm, Leo May, ha? Wo sind die... Moral Powered Probs, ha? Nicht vorhanden. Dann halt nicht, ha? Okay. Okay. Oh mein Gott, eh, ha? Eigentlich sollte ich halt einfach Attack buffen, aber... Jawohl, Alter. Genau sowas. Genau sowas. Overpout. So. Gemini verkackt nicht, du Bastard, Alter. Alles auf will von denen. Sogar die Scheiß Nora. Aber... Egal. Solange alles stirbt. Außer natürlich... Außer natürlich Kali wird provoked und gestrippt. Ist auch egal, ha? So. What's next? Oh, genau. Meine ist halt natürlich urunfällig von mir. Außer... Na gut. Seratou. Das Passive gibt... Geht's nicht auf Manon hier. Jesus. Na gut, wir machen dritten Skill. Das heißt, Seratou zu langsam. Seratou geht auf Kinky. Und es macht... Null Schaden, ha? Wie gemein. So. Ich fokuse einfach nur Nana, ja? Ich will, dass ich die anderen irgendwie selber killen. Na los, Seratou, ha? Na mal Seratou. Da wird Passive getrocked, ja. Null Schaden bekommen. Oh mein Gott, Scheißen, ja. Und weg ist er. Deletet. So. Give him off Lydia. Bam. Oh, Scheißen. Jo, killen wir uns? Hehe. Man ist evo ist, ja. So. Egal, einfach. So. Und Lucien, malst zu langsam. Die Frage ist, genug Damage? Huh. Schlecht, ha? Hm. Dann lass es halt heilen. Klein, Scheiß. Dankeschön. Ähm. Lucien, Töck, Bob. Auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Vayu. Hopp wieder. Stunning. Guck dir aus, super. Äh. Alter, hör auf. So, Revive D. Das ist ein Ding killed. Ich glaube, Lucien hat das... Hm, ja, aber egal. Boost Illusion. Da werden wir nur noch schauen, was auf der... Wo viel er wollte ich sagen. Luis auch stirbt. Okay, Luis... ist auch down. Das heißt, wir haben unsere... 10 Wins gegen Candy raus.